So, hi. Letztes Mal ist es ja leider gecrashed, also... naja. Ich habe es sobald geschafft durchzugehen. Super. Worak, take your shoes off. Hi, babe. Gut, ich habe jetzt schon wieder vergessen, was muss das Ganze... So gut, wir nehmen... weit. Warum nicht? Oh, cool. Oh, wir haben gar nicht mehr so viele Dinger. Keine Masancho. Ich glaube, dass es nicht so effektiv ist dagegen, dieses Ding, aber wer weiß. Masancho ist ja schließlich relativ hoch. So, wir nehmen Rollout. Warum auch nicht? Ich hätte vielleicht doch eh jemanden zu nehmen sollen. Das ist schon etwas frustrierend. Oh Gott. Du bist tot. Du scheiße. Okay. Du mal da. So, das ist auch kein Leben mehr. Bleib mal Hilfe. Hä, vielleicht... Mist, ja, ne? Okay. Das ist peinlich. Gut. Wieder. Warum nicht? Mach mal. Pfff. Und stürb nicht gleich weg. Jetzt wird das ein bisschen dumm. Krass, wie frustrierend. Hm. So, gut. Dann gehen wir mal... Oh, wir haben alle geheilt. Gut. Passt dann schon. Ja. Nein. Hope I don't trust you. Haha. So. Hm. So, das war jetzt etwas doof. Ich hätte mal das Pokémon nehmen müssen und dann ist es egal. So. Ah ja, was passiert? Ah, vorrennte. Schon irgendwie süß. Jetzt muss ich doch tatsächlich in diesen Kack-Ding jetzt wieder reinlaufen. So. Also, da. Achso, ich muss gegen keinen mehr kämpfen. Jetzt, lol. So was haben wir hier? Kann ich denn da? Okay. Hallo! Krant, I am the Karate Master. I am the leader here. You wish to challenge us. Expect no mercy. Wah! Eh. Wah! Okay, das ist Hit-Hemot-Li. Okay, das ist Hit-Hemot-Li. Okay, das ist Hit-Hemot-Li. Okay, das ist Hit-Hemot-Li. Das ist Flying-Gut. Hm. Bye-bye, Porrenta. Hm. Hm. Das können sie noch mal versuchen. Okay. Ja mein Gott. Hm, so gut was nimmer ist nächstes. So, vielleicht. Oh! Pflanzen-Pokémon. Ich hab' keine Ahnung, was ist gut gegen sowas. Ich hab' mir einen Zettel rauslegen sollen. Moment kurz. Wie ich mich gar so zum Trotteln mache. Wie ich mich gar so zum Trotteln mache. Ich glaub', ich muss mich das nicht wieder machen, denn das ist halt nicht mehr. Das ist frustriert. Oh Gott. Hier ist auch ein Augenzettel. So, diese dicke Zettel. Ich hab so viele Zettel drin. Gut. Wir nehmen Beut. Hoffentlich stirbt das nicht. Oh! Oh, toll. Oh, Feuerchen. Vermiss noch mal. Nein. Was brauchen wir eine Chance? Gut, äh, Samantha? Pff. Tu was Gutes. Rennes Lieder. Hm. Ach, leck mich am Arsch. Oh, warte. Hier, Dragon Rage. So, jetzt nicht. Das ist okay. Die selbe Kacke nochmal. Pff. Hm. Ja. Ich glaub, das bringt nichts, weil das ist, äh... und der Punita ist tot. Genau. Das war der Grund. Dann nehmen wir... Sancho. Wieso bin ich heute so scheiße? Oh mein Gott. Pff. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Das kommt dann so aus den Scheuen hier im Kälten. Das schaut komisch aus. Ähm... Na, Magnitude. So, wenigstens etwas. Na, vielleicht bleibt man sonst schon. So, ich mach auch nochmal Magnitude. Super. Wie funktioniert das doch schon viel besser. Wie funktioniert das doch viel besser. du hast nur noch viel besser. Warte. Hat kein Leben bekommen... Medkos? Pokémon Trainer? Wieそれ ist das denn? Soul-Burch? Rainbow-Burch? Thunder-Burch? Cascade-Burch? Ja, das ist das so einfach die Sohn hier. Och das ist ein Sohn. Sannradiiie! Hmm, now are you inclining to the notion that the most fighting power lies in the hands? Interessing question, but I disagree. This Pokémon likely will not go hand in hand with you, then try another one. Okay, there's another Enfusion. Analyzing the legs. I think I'll take that with the hands, that's the other thing. That's the thing that looks better, I think, right? That's the hit one thing. Absolutely. Your Pokémon select the very stylistically compatible with you, then. Yeah, hit one charm, that's mine I. You have grabbed the punchy happy Pokémon in hit one charm. Now I must take my leave to train extensively. I will escort you 8x. Okay, I'll take my leave again. Okay, I'll take my leave again. Okay, I'll take my leave again. Hmm, then we'll take my leave again. So. Hmm, that's the wrong thing. I'll take my leave again. I'll take my leave again. So. Hello, Joy! Möchtest du bitte alle meine Pokémon heilen? Danke, Joy! So. Letztes Pokémon. Das sind aber noch gar nicht so weit. 4, 10, 4, 2, 8, 1, charm. Never 5. Ich weiß nicht, dass das süß ausguckt. 2, Psycho, Dark, Normal. Hm. Das hat auch Dark, Psycho und Fight. Na, was war Fight? Gut, was war... Weiß ich nicht. Naja. Keine Ahnung. Ich geh mal mit den Pokémon, die ich jetzt hab. So. Das andere daneben war ja nur das Pokémon Center, glaub ich, oder? Okay. Jetzt werden wir noch mal gucken. Schauen wir mal nochmal. Oh! Das war nicht das Pokémon Center, das war der Scheiß. Okay, hallo! Sorry, das war das Video meint. Ach so Scheiße. Das sind die ganzen Psycho-Dinger. Hm. Hm. Sabrina, use your psychic power to overcome enemy Pokémon. Fighting Pokémon's don't stand a chance. Come here and see when you win. Okay. Ich hab... Ich hab keine Ahnung, was ich nehmen soll. Ich nehm mal... Schamanda als Main Pokémon. So. Oops. No! I can see a future. It's going to be a loss to me. I don't know. I think it's going to happen. What is good against something? Flamesaur? Use future series. It has foreseen attack. I don't know. What brings that thing to me? Good. What about Dragon Rage? Dragon Rage? Dragon Rage? Okay, that's bad. Hmm... Maybe... Maybe... I don't know. Ah! Corenta! Hey! Can it be enough? Hmm... Here, there. Yeah. Do it. Wow. That's good against something. Yeah. Thank you! Pff. Good. Good. Uh... 20 power... 40. That's... Scheiße. Good. Cut. Hmm... No... But... Uh... That's... Snoopull, I don't know. Snoopull. Pff. Hmm... Is it dark good? I see the gun at that. I see the gun at that. Yes. That Kadabra can't look at the shit. Pff. Hmm... Stomp? Stomp? Du würdest... den Du! Boot! So true! Du musst wieder alle retten! So, wir nehmen Magnitude! So... Ach du Scheiße. Ah, das schaut voll süß aus irgendwie. Wir haben Items. Wie wär's denn damit? Wir haben... ... Full Health? Max Potion? Nein. Ist das... Nein. Elixir? Nein. Awakening? Nein. 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 Ist das wohl... Hä? Da ist doch irgendwas, was da eben über 50... ...heilt oder so. Harry Stoys. 20 HP. Nein. Gibt doch damit nicht viel. Kameretapier. Das seh ich auch nicht. Okay. Dann... Ich glaub ich geh einfach mal auf... ...das hier. Vielleicht funktioniert's ja. Vielleicht Glück. Bye bye. Scheiße. Das war... Das war... Oh! Ein Fail. Was hab ich denn sonst noch für Pokémon? Mal rein da. Ich hab mal die größten. Ich hab nur so Mini-Pokémon. Ich hab nur so Mini-Pokémon. Ich hab eine Abra. Ich müsste echt mal gucken, wo das ist, da. Da wird der Zettel... Ich glaub ich mach das mal eben.